. 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 Was stimmt denn? Wollen wir den Super-Wähl in den Bett nehmen? Fast auseinanderkommen? Ah ja, und fast gesteckt. Ja, ja. Jetzt müssen wir wissen. Keine Chance gibt uns gehabt. Wir hören auch schon in den Saltern, Simon. Ja, aber... Gibt es einen guten Saltern, seine Super-Wählen? Ja, sicher. Erstens, meine Flächen besuchen. Schön zu hören. Ja, in den Alpersand. Weisst du, das ist 100 Millionen Dollar. Zeichen. Nein, was? Die Polonaise in den Alpersand.